Der Pfad des Träumens, Kapitel 15 Kurz nachdem wir bei Mexikali die Grenze überquert hatten, wurde ich von Zweifeln geplagt. Meine Begründung dafür, mit Isidoro Balthasar nach Mexiko zu fahren, die mir eben noch so einleuchtend erschienen war, verkümmerte jetzt zu einem fadenscheinigen Vorwand, der einzig dazu gedient hatte, meine Begeisterung zu erzwingen. Mittlerweile bezweifelte ich, dass ich, wie angekündigt im Haus der Hexen, Gelegenheit finden würde, meine Soziologiestudien voranzutreiben. Ich wusste, dass ich genau das tun würde, was ich dort auch bei vorherigen Gelegenheiten getan hatte, viel schlafen, seltsame Träume träumen und verzweifelt versuchen herauszufinden, was die Menschen in der Welt der Zauberer von mir verlangten. Bereust du es, mitgefahren zu sein? Beim Klang von Isidoro Balthasars Stimme fuhr ich hoch. Er blickte mich von der Seite an und hatte mich mit aller Wahrscheinlichkeit nach die ganze Zeit beobachtet. Selbstverständlich nicht, versicherte ich eilig und fragte mich, ob er sich auf meinen allgemeinen Zustand oder mein Schweigen bezog. Ich stammelte einige Bemerkungen über die Hitze und richtete meinen Blick dann aus dem Fenster. Übel, launig und furchtsam, wie ich war, sagte ich kein weiteres Wort. Ich spürte, wie sich einem Ameisenschwarm gleich innere Unruhe unter meiner Haut ausbreitete. Isidoro Balthasar dagegen lief zu einer Höchstform jugendlichen Überschwangs auf. Er befand sich in Hochstimmung, er sang und riss dumme Witze. Er rezitierte Gedichte in Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Doch waren selbst seine deftigen Klatschgeschichten über gemeinsame Bekannte an der Uclar nicht geeignet, meine düstere Stimmung zu erhellen. Die Tatsache, dass ich nicht gerade ein begeistertes Publikum war, störte ihn nicht im Geringsten. Selbst als ich ihn anbrüllte, mich endlich in Ruhe zu lassen, ließ seine gute Laune nicht nach. Sollte uns jemand beobachten, würde er denken, wir seien ein altes Ehepaar, sagte er zwischen einigen Lachenfällen. Wenn Zauberer uns beobachten sollten, so dachte ich, deprimiert, so werden sie merken, dass hier was nicht stimmt. Sie würden merken, dass Isidoro Balthasar und ich ein ungleiches Paar sind. Ich war sachlich und neigte zu unwiderruflichen Entschlüssen und Handlungen. Für ihn waren Handlungen und Entscheidungen fließend ineinander übergehende Begebenheiten mit ungewissem Ausgang. Ihre Endgültigkeit bestand nur darin, dass er bereit war, volle Verantwortung für sie zu übernehmen, egal wie nebensächlich oder wichtig sie sein mochten. Wir fuhren direkt nach Süden und machten keine Umwege wie sonst, wenn wir zum Haus der Hexen fuhren. Als wir Guayamas verließen, niemals zuvor waren wir auf unserem Weg zum Haus der Hexen so weit nach Süden gefahren, fragte ich ihn, wohin er mich brächte. Wir nehmen den langen Weg, macht ihr keine Sorgen, sagte er beiläufig. Als ich ihn während unseres Abendessens in Navajoa erneut fragte, gab er mir die gleiche Antwort. Wir ließen Navajoa hinter uns und fuhren weiter nach Süden Richtung Mazatlan. Ich war für Sorge außer mir. Gegen Mitternacht verließ Isidoro die Hauptstraße und bog in einen schmalen Feldweg ein. Der Lieferwagen schaukelte und klapperte, als er durch Schlaglöcher und über Steine fuhr. Für einen kurzen Augenblick noch war die Hauptstraße hinter uns an dem geflaggerter Rücklichter zu erkennen. Dann wurde sie von den Büschen am Straßenrent verschluckt und verschwand völlig aus unserem Blickfeld. Nach ziemlich langer Fahrt blieb der Wagen plötzlich stehen und Isidoro Balthasar schaltete die Scheinwerfer aus. Wo sind wir hier? fragte ich und blickte mich um. Einen Augenblick lang konnte ich nichts erkennen. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich unweit von uns ein paar kleine weiße Flecken. Winzige Sterne, die vom Himmel gefallen zu sein schienen. Die Erinnerungen an den starken Geruch des Jasmin, der sich über das Dach rankte und über die Ramada hinabstürzte, hatte sich so vollständig aus meinem Gedächtnis entfernt, dass ich jetzt meinte, die parfümierte Luft bisher nur im Traum eingeatmet zu haben. Ich musste kichern. Ein beinahe kindliches Empfinden der Verwunderung und Freude übermannte mich. Wir befanden uns vor Esperanzas Haus. Das erste Mal war ich hier mit Delia Flores, murmelte ich und griff nach Isidoro Balthasars Hand. Aber wie kann das möglich sein? fragte ich ihn. Mit einem Mal hatte ich Angst vor Aufregung zu ersticken. Was ist denn? fragte er erstaunt. Er schien aufgeregt. Seine vergewöhnlich warme Hand war jetzt so kalt wie Eis. Dieses Haus steht am Rande von Ciudad Obregon, mehr als hundert Meilen nördlich von hier, rief ich. Ich selbst bin hierher gefahren und habe die Asphaltstraße dabei kein einziges Mal verlassen. Ich blickte mich in der Dunkelheit um und erinnerte mich, dass ich von Tuxen aus an diesen Ort gelangt und noch nie im Leben in Navajoa gewesen war. Einige Minuten schwieg Isidoro Balthasar. Er schien nach einer Antwort zu suchen. Ich wusste, dass es keine gab, die mich zufriedenstellen würde. Mit einem Schulterzucken wandte er sich zu mir. Er meinte, dass ich wach geträumt haben musste, als ich mit Delia Hermosillo verlassen hatte, um zum Haus der Medizinfrau zu gelangen. Bei diesen Worten ging eine merkwürdige Kraft von ihm aus, eine Schärfe, die auch dem Nagual Mariano Aureliano zu eigen war. Schlage vor, dass du es dabei bewenden lässt, ermahnte er mich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr der Verstand dazu neigt, sich im Kreise zu drehen, um das Unverständliche zu begreifen. Ich wollte Einspruch erheben, doch schnitt er mir das Wort ab und zeigte auf das Licht, das sich jetzt auf uns zubewegte. Er lächelte erwartungsvoll, als wisse er genau, zu wem der riesige, schwankende Schatten gehörte. Das ist der Hausmeister, murmelte ich verwundert, als der Schatten vor uns Halt machte. Ohne nachzudenken legte ich meine Arme um seinen Hals und küsste ihn auf beide Wangen. Sie hätte ich hier nicht erwartet, stammelte ich. Er lächelte verlegen und ohne ein Wort zu sagen. Er umarmte Isidoro Balthasar und klopfte ihm mehrfach auf den Rücken, wie es lateinamerikanische Männer zur Begrüßung zu tun pflegten. Dann flüsterte er ihm etwas ins Ohr. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte kein einziges Wort verstehen, er führte uns zum Haus. Die massive, verschlossene Eingangstür hatte etwas Bedrohliches, genau wie die vergitterten Fenster. Kein Lichtstrahl und kein Geräusch drangen durch die dicken Mauern. Wir gingen um das Haus herum auf den Hof, der von einem hohen Zaun begrenzt war, und gelangten zu einer Tür, die direkt in eines der Zimmer führte. Als ich die vier Türen wiedererkannte, fühlte ich mich etwas sicherer. Es handelte sich um den gleichen Raum, in den Delia Flores mich geführt hatte. Er war ebenso spärlich möbliert, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ein schmales Bett, ein Tisch und mehrere Stühle. Der Hausmeister stellte die Öllampe auf dem Tisch ab und drängte mich, Platz zu nehmen. Er wandte sich Isidoro Balthasar zu, legte einen Arm um dessen Schulter und trat mit ihm auf den dunklen Korridor hinaus. Der plötzliche Abgang der beiden erstaunte mich. Noch bevor ich Gelegenheit hatte, mich von meiner Überraschung zu erholen und zu entscheiden, ob ich den beiden folgen sollte, kehrte der Hausmeister zurück. Er überreichte mir eine Decke, ein Kissen, eine Taschenlampe und ein Nachttopf. Ich würde lieber das Häuschen auf dem Hof benutzen, sagte ich vornehmen. Der Hausmeister zuckte mit den Schultern und schob den Nachttopf unters Bett. Nur für den Fall, dass du mitten in der Nacht musst. In seinen Augen stand ein schadenfrohes Leuchten, als er mir erklärte, dass Esperanza einen großen, schwarzen Wachhund auf dem Grundstück halte. Er liebt es nicht gerade, wenn Fremde nachts über den Hof wandern. Wie auf Absprache vernahm ich in diesem Moment ein lautes Bellen. Ich bin keine Fremde, sagte ich pikiert und versuchte den unheilverkündenden Ton der Bestie zu ignorieren. Ich war schon einmal hier und kenne den Hund. Überrascht hob der Hausmeister eine Braue. Kennt der Hund dich auch? fragte er. Zornig starrte ich ihn an. Er seufzte und im Gehen nach der Öllampe auf dem Tisch greifend wandte er sich der Tür zu. Lassen Sie das Licht hier, sagte ich und trat ihm eilig in den Weg. Ich versuchte zu lächeln, doch es gelang mir nicht. Wo sind die anderen? brachte ich schließlich hervor. Wo sind Esperanza und Florinda? Im Augenblick bin ich der Einzige hier, sagte er. Wo ist Isidoro Balthasar? fragte ich mit aufkommender Panik. Er hat versprochen, mich zum Haus der Hexen zu bringen. Ich muss an meinen Semesterthemen arbeiten. Meine Gedanken und Worte waren verwirrt und konfus, während ich weiter darüber sprach, weshalb genau ich Isidoro Balthasar nach Mexiko begleitet hatte. Als ich dem Hausmeister erzählte, wie wichtig es für mich sei, meine Arbeit zu beenden, war ich den Tränen nahe. Er klopfte mir beruhigend auf den Rücken und machte mit dem Mund tröstliche Geräusche, so als spreche er mit einem Kind. Isidoro Balthasar schläft. Du weißt doch, wie er ist. Sobald sein Kopf das Kissen berührt, hat er diese Welt verlassen. Er lächelte schwach und fügte hinzu. Ich werde meine Tür offen lassen, falls du mich brauchen solltest. Wenn du einen Albtraum hast oder sonst etwas ist, komme ich sofort. Noch bevor ich ihm erklären konnte, dass ich seit meiner Zeit und Sonora keinen einzigen Albtraum mehr gehabt hatte, war der Hausmeister auf dem dunklen Flur verschwunden. Die Öllampe auf dem Tisch begann unruhig zu flackern und verlosch wenige Augenblicke später. Nun war es stockdunkel. Angekleidet legte ich mich auf mein Bett und schloss die Augen. Bis auf ein leises, keuchendes Atmen, das aus weiter Ferne an meine Ohren zu dringen schien, war nichts zu hören. Da es mir unmöglich war, das Atmen und die Härte meiner Bettstadt zu ignorieren, gab ich den Gedanken an Schlaf bald auf. Mit der Taschenlampe in der Hand schlich ich lautlos den Korridor hinab, in der Hoffnung, Isidoro, Balthasar oder den Hausmeister zu finden. Leise klopfte ich an eine Tür nach der anderen. Niemand antwortete. Aus keinem der Räume drang ein Laut. Eine merkwürdige, beinahe drückende Stille hatte sich über das Haus gelegt. Selbst das Rascheln und Gezwitscher aus dem Garten waren verstummt. Man hatte mich allein im Haus zurückgelassen, genau wie ich es mir gedacht hatte. Anstatt mir Sorgen zu machen, beschloss ich, die Zimmer in näheren Augenschein zu nehmen. Dabei handelte es sich um acht Schlafzimmer, alle von der gleichen Größe und der gleichen Beschaffenheit. Klein, quadratisch und jedes mit einem Bett und einem Nachttisch ausgestattet. Die Wände und die beiden Fenster eines jeden Zimmers waren weiß gestrichen und in die gefließten Böden hatte jemand komplizierte Muster eingelegt. Ich öffnete die Schiebetüren der Kleiderschränke, indem ich mit dem Fuß gegen die untere linke Ecke drückte. Erstaunlicherweise wusste ich, dass ein Stups oder ein senfter Tritt einen Mechanismus auslöste, der die Türen öffnete. Ich entfernte die zusammengelegten Decken, die in einem der Schränke auf dem Boden gestapelt lagen, und stieß darunter auf eine kleine Geheimtür. Mit einiger Anstrengung bediente ich den als Steckdose getarnten Türmechanismus. Mittlerweile, gegen Überraschungen immun, akzeptierte ich ungefragt mein plötzlich auftauchendes Wissen über Falltüren, das über mein normales Bewusstsein hinausging. Ich öffnete die kleine Geheimtür, kroch durch die winzige Öffnung und fand mich im Schrank des Nebenzimmers wieder. Ohne großes Erstaunen, ich wusste es bereits, entdeckte ich, dass alle acht Zimmer durch diese geheimen Türen miteinander verbunden waren. Als meine Taschenlampe verlöschte, fluchte ich leise. In der Hoffnung, die Batterien wieder zu beleben, nahm ich sie heraus und legte sie wieder ein. Vergebens, sie waren vollkommen leer. Die Dunkelheit war so vollkommen, dass ich nicht einmal meine eigenen Hände vor Augen erkennen konnte. Aus Angst, gegen eine Tür oder eine Wand zu laufen, tastete ich mich auf allen Vieren in Richtung Flur. Vor Anstrengung keuchend und am ganzen Körper zitternd, richtete ich mich auf und lehnte mich gegen die Wand. Eine Weile stand ich so im Korridor und fragte mich, in welcher Richtung ich mein Zimmer suchen sollte. Aus der Ferne erklangen Wortfetzen. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie von draußen oder aus dem Inneren des Hauses kamen. Ich folgte dem Klang der Stimmen und er führte mich auf die mit Fernkräutern überwucherte Terrasse hinter den steinernen Torbogen. Kaum hatte ich meinen Fuß auf die Terrasse gesetzt, erblickte ich an der Wand den riesigen Schatten eines Hundes. Das Tier knurrte, seine funkelnden Augen ließen mir einen Schauer über den Rücken laufen. Doch anstatt zu tun, was meine Furcht gebot, vielleicht auch gerade, weil ich mich fürchtete, geschah etwas völlig Unerwartetes. Ich hatte auf einmal das Gefühl, als sei ich seit Ewigkeiten zusammengefaltet gewesen, wie ein japanischer Fächer oder eine Papierfigur. Und jetzt entfaltete ich mich mit einem beinahe schmerzhaften Körpergefühl. Verwirrt sah der Hund mich an. Er begann zu wimmern, ließ die Ohren hängen und wandte sich an Boden. Ich stand dort wie angewurzelt. Angst hatte ich keine, doch konnte ich mich einfach nicht bewegen. Als handelte es sich um die natürlichste Sache der Welt, faltete ich mich dann so dann wieder zusammen, wandte mich ab und verließ den Hof. Diesmal hatte ich keine Schwierigkeiten, mein Zimmer zu finden. Als ich erwachte, hatte ich Kopfweh und den Eindruck, die Nacht schlaflos verbracht zu haben. Ein Gefühl, das mir nur allzu vertraut war. Meine Muskeln schienen nicht mit meinem Skelett verbunden zu sein. Und als ich das Geräusch einer sich öffnenden Tür vernahm und das Licht auf mein Gesicht fiel, stöhnte ich laut. Ich versuchte, mich auf die andere Seite zu drehen, ohne dabei von dem schmalen Bett zu rollen. Guten Morgen, rief Esperanza und trat unter einer Woge von Röcken und Unterröcken in den Raum. Oder besser gesagt, guten Nachmittag, korrigierte sie sich und zeigte auf die Sonne, die durch die offene Tür schien. Mit freudiger und kraftvoller Stimme verkündete sie, dass sie diejenige gewesen sei, die daran gedacht hatte, meine Bücher und Papiere aus dem Lieferwagen zu entfernen, bevor Isidoro Balthasar mit dem alten Nagual davon gefahren war. Mit einem Schlag setzte ich mich auf. Ich war hellwach. Weshalb hat der Nagual Mariano Aureliano mich nicht begrüßt? Weshalb hat Isidoro Balthasar mir nicht erzählt, dass er wegfährt? Platzte ich heraus. Ich erwähnte ihr gegenüber, dass ich meine Semesterarbeiten nun auf gar keinen Fall zu Ende bringen könnte und meinen Abschluss sicher nicht erreichen würde. Mit neugierigen Augen blickte Esperanza mich an und sagte, dass meine Semesterarbeit niemals den gewünschten Effekt haben würde, wenn ich sie aus rein eigennützigen Gründen anfertigte. Noch bevor ich ihr sagen konnte, dass es mir völlig gleichgültig war, ob ich das Studium abschloss oder nicht, fügte sie hinzu. Du fertigst diese Arbeit nicht an, um dein Studium abzuschließen. Du tust es, weil du es gerne tust und weil es im Augenblick nichts gibt, was du lieber tun würdest. Es gibt zig Sachen, die ich lieber täte. Was zum Beispiel? Ich dachte eine Weile nach, doch mir fiel nichts ein. Ich musste mir eingestehen, dass ich noch nie so viel Freude an der Erstellung einer Semesterarbeit gehabt hatte wie in dieser. Ich hatte diesmal sogar bereits vor Semesterbeginn mit den Recherchen und dem Verfassen begonnen, statt wie gewöhnlich erst ein paar Tage vor dem Abgabetermin. Nur die Tatsache, dass diese Arbeit meinen Eintritt in die Berufswelt bedeuten würde, hatte mir den Spaß verdorben. Als habe Esperanza meine Gedanken gelesen, sagte sie, dass ich den Abschluss vergessen und mich einzig darauf konzentrieren solle, eine gute Arbeit anzufertigen. Wenn du einmal Teil der Welt der Zauberer geworden bist und das Wesen der Träume verstehst, wirst du auch verstehen, worum es bei der Zauberei geht. Und dieses Verständnis wird dich befreien. Verdutzt sah ich sie an. Ich verstände nicht, was sie damit sagen wollte. Du wirst davon befreit werden, dir etwas zu wünschen. Esperanza artikulierte den Satz so sorgfältig, als sei ich taub. Sie sah mich nachdenklich an und fügte hinzu, du bist die Gier in Person und doch brauchst oder willst du nichts. Ihre Stimme verlor sich, während sie dranging, meine Bücher und Papiere und den Stapel Karteikarten auf dem Tisch zu ordnen. Mit strahlendem Gesicht wandte sie sich mir wieder zu. In den Händen hielt sie mehrere Bleistifte. Ich habe sie mit einer Rasierklinge für dich angespitzt, sagte sie. In Zukunft werde ich sie dir immer anspitzen, wenn sie stumpf sind. Sie legte die Bleistifte neben meinen Schreibblock und öffnete ihre Arme, als wolle sie den ganzen Raum umschließen. Das ist ein wunderbarer Ort, um zu arbeiten. Hier würde dich niemanden stören. Dessen bin ich mir sicher, sagte ich. Als ich merkte, dass sie gehen wollte, fragte ich sie, wo Isidoro Balthasar die Nacht verbracht hatte. Auf seiner Strommatte. Wo sonst? Sie kicherte leise, rafte ihre Röcke und Unterröcke und trat in den Hof hinaus. Ich sah ihr nach, bis sie hinter dem steinernen Torbogen verschwunden war. Meine Augen schmerzten von dem gleisenden Licht. Wenige Augenblicke später hörte ich lautes Klopfen an einer der Türen, die auf dem Korridor hinausgingen. Bist du bekleidet? fragte der Hausmeister und stieß die Tür auf, bevor ich Zeit hatte, die Frage zu bejahen. Nahrung für dein Hirn, sagte er und stellte ein Bambustablett auf dem Tisch ab. Er tat mir eine Schale mit klarer Brühe auf und drängte mich dann, von den Machaca Sonorens zu essen. Ich persönlich habe sie zubereitet, informierte er mich. Die Rühreier mit Fleisch, Zwiebeln und scharfen Pfefferschoten waren köstlich. Sobald du fertig bist, gehen wir ins Kino, sagte er. Nach dem Essen? fragte ich aufgeregt und stopfte mir eine ganze Tortilla in den Mund. Sobald du deine Semesterarbeit abgeschlossen hast, erklärte er. Nach dem Essen sollte ich mich zuerst mit dem Hund bekannt machen, sonst kannst du nicht vor die Tür gehen, nicht einmal auf die Toilette. Ich wollte ihm gerade erklären, dass ich dem Hund bereits auf meinem nächtlichen Ausflug begegnet war, als er mir mit einer Bewegung seines Kindes zu verstehen gab, ihm auf den Hof zu folgen. Dort lag der große schwarze Hund im Schatten des hohen Zaunes aus geflochtenem Rohr. Der Hausmeister ging neben dem Tier in die Hocke und schabte es hinter den Ohren. Er beugte sich tiefer und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dann erhob sich der Hausmeister unvermittelt. Beunruhigt trat ich einen Schritt zurück und fiel auf mein Hinterteil. Der Hund jaulte. Mit einem unglaublich hohen Satz verschwand der Hausmeister über den Zaun. Taumeln kam ich auf die Füße und wollte so schnell wie möglich aus dem Hof verschwinden, als der Hund seine Vorderpfoten streckte und sie mir auf die Füße stellte. Ich konnte den Druck der Pfoten durch meine Schuhe hindurch spüren. Der Hund schaute zu mir auf und öffnete seine Schnauze zu einem langgezogenen Gähnen. Seine Zunge und sein Zahnfleisch waren schwarz-blau. Das ist ein Beweis feinster Herkunft. Ich war so erstaunt, die Stimme des Hausmeisters hinter meinem Rücken zu vernehmen, dass ich auf dem Absatz herumwirbelte. Erneut verlor ich mein Gleichgewicht und stolperte über den Hund. Zunächst wagte ich nicht, mich zu bewegen, dann drehte ich allmählich den Kopf zur Seite. Starr waren die bernsteinfarbenen Augen des Hundes auf mich gerichtet. Er entblößte seine Zähne, allerdings knurrte er nicht, sondern schenkte mir ein ausgesprochen freundliches Hundelächeln. Jetzt seid ihr Freunde, erklärte der Hausmeister und half mir auf die Beine. Nun ist es an der Zeit für dich, mit der Arbeit an deiner Arbeit zu beginnen. Die folgenden drei Tage wurden einzig und allein von meinem Wunsch dominiert, die Semesterarbeit abzuschließen. Über lange Zeiträume arbeitete ich ohne Unterbrechungen und merkte dabei nicht, wie die Zeit verging. Es lag nicht daran, dass ich so vertieft in meine Arbeit gewesen wäre, vielmehr schien die Zeit, eine räumliche Qualität gewonnen zu haben. Ich begann sie als Pausen zwischen meinen Begegnungen mit Esperanza zu empfinden. Jeden Morgen, wenn ich in der Küche das Frühstück verzehrte, das sie für mich vorbereitet hatte, tauchte sie ohne Ankündigung auf. Lautlos schien sie sich aus dem bläulichen Rauch zu materialisieren, der zu jeder Tageszeit wie eine Wolke in der Küche schwebte. Unweigerlich ging sie daran, mein Haar mit ihrem groben Holzkamm zu kämmen. Dabei sprach sie nie ein Wort und auch ich schwieg. An den Nachmittagen sah ich sie erneut. Mit der gleichen Lautlosigkeit, mit der sie in der Küche aufgetaucht war, materialisierte sie sich unversehens im Hof und saß in ihrem Schaukelstuhl unter dem Steinbogen. Stundenlang starrte sie in den Raum, als sei sie in der Lage, die Begrenzungen der menschlichen Sicht zu durchdringen. Abgesehen von einem knappen Kopfnicken oder einem flüchtigen Lächeln fand auch zu dieser Stunde keine Interaktion zwischen uns statt. Und doch fühlte ich mich in ihrem Schweigen geborgen. Gerade, als habe der Hausmeister es ihm befohlen, wich der Hund nicht von meiner Seite. Tag und Nacht folgte er mir, selbst wenn ich das Toilettenhäuschen besuchte. Besonders freute ich mich auf unsere Ausflüge am Spätnachmittag, wenn der Hund und ich über die Felder zu einer Reihe von Bäumen rannten, die die Landparzellen voneinander trennten.